In wenigen Tagen wird der mächtigste Mensch der Welt gewählt. In 50 Bundesstaaten sind die Menschen in den USA aufgerufen, für ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin zu stimmen. Entschieden werden die Wahlen wohl aber nur in sieben Staaten, in denen das Rennen noch offen ist, den Swing States. Was macht diese sieben Staaten aus? Wie stehen die Chancen für Kamala Harris und Donald Trump dort? Und was tun sie dafür, um diese Swing States noch für sich zu gewinnen? Das besprechen wir heute. Ich bin Maximilian Sepp und das ist Shortcut. Mein heutiger Gast ist Auslandschef des Spiegel, Stammgast bei Shortcut und seit einigen Wochen auch regelmäßiger Experte im US-Spezial unseres Auslandspodcasts 8 Milliarden. Mathieu von Rohr, herzlich willkommen. Hallo Maximilian. Mathieu, das letzte Mal, als wir über die US-Wahlen gesprochen haben, haben wir über die Strategie von Kamala Harris und Tim Walz gesprochen. Wir haben gesagt, die sind gerade in einem Aufwind, es läuft ganz gut für sie. In der letzten Zeit waren die Umfragen eher wieder so, dass Donald Trump aufgeholt hat. Was war der Moment, dass du gemerkt hast, in diesem Wahlkampf wird es richtig eng am Ende? Ich glaube, es war eben die ganze Zeit schon wahnsinnig eng. Also wenn wir uns einmal anschauen, so die Kurven der Umfrage der letzten Monate, muss man sagen, sind es gar keine Kurven, sondern es sind einfach zwei parallel verlaufende Linien. Ein bisschen vorne im nationalen Mittel ist Harris und ganz knapp darunter ist Trump. Und das hat sich jetzt ein bisschen verengt in den letzten Wochen, aber es war die ganze Zeit schon wahnsinnig knapp. Zu knapp eigentlich, wenn man denkt, um wie viel es bei dieser Wahl geht. Und in den letzten Tagen, muss man sagen, hat man einfach gemerkt, Trump ist sehr präsent. Der dominiert wieder die Headlines. Am Wochenende hatten wir dieses Event, wo er sich in McDonald's gestellt hat und Fritten verteilt hat und Burger. Das war so ein Trolling-Act, um Kamala Harris ein bisschen zu trollen, die ja mal in den McDonald's gearbeitet hat, wie sie sagt. Und er sagt, das stimmt gar nicht. Also man sieht, er ist sehr erfolgreich damit, sehr präsent zu sein, das Scheinwerferlicht auf sich zu ziehen. Und ihre Kampagne ist eher ein bisschen vorsichtig. Es gibt Kritik an ihr, dass sie nicht so präsent ist in den Swing States, über die wir gleich sprechen werden. Dass sie insgesamt einfach zu sehr so eine Scripted-Kampagne macht. Also quasi einfach ihre Dinge, die die Kampagne ihr vorgibt, als ihre Sprechpunkte, dass sie die runterbetet, aber dass sie nicht so spontan ist, dass sie nicht so lebendig ist, wie man vielleicht auch am Anfang dachte, als wir über diese Momente gesprochen haben, wo sie eben so sehr im Aufwind war, wo man über diese Memes gesprochen hat, Coconut Tree und so weiter. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen, es ist immer noch wahnsinnig knapp. Wir können jetzt auch nicht sagen, Trump ist jetzt irgendwie plötzlich vorn oder so. Das ist nicht so eindeutig. Es ist ein Wahlkampf, der wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Die Leute, die sich auskennen mit den Umfragen, die so ausgefeilte Modelle gemacht haben, um zu berechnen, wer eigentlich jetzt vorn liegt, die sagen, es ist letztlich ein 50-50. Und ganz besonders knapp ist es eben in diesen sieben Swing States, um sie einmal zu nennen, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. In welchen dieser Staaten ist das Rennen denn ganz besonders knapp? Und wer liegt wo vorne? Also eigentlich kann man sagen, das Rennen ist in allen diesen Bundesstaaten, in fast allen diesen Bundesstaaten ungefähr gleich knapp. Also es ist quasi eigentlich fast ein statistisches Unentschieden in den meisten. Arizona würde ich sagen, das ist sozusagen der Bundesstaat, da liegt Trump doch ein bisschen deutlicher vorn. Die anderen ist es, da haben wir quasi wirklich ein Unentschieden oder plus eins für Harris. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Das ist so knapp, dass es innerhalb des statistischen Unschärfebereichs dieser Umfragen liegt. Und selbst wenn die Umfragen stimmen. Also es könnte sein, dass die Umfragen sich noch leicht irren beziehungsweise nicht genau präzise sind. Also jede Umfrage hat letztlich so einen statistischen Fehlerbereich, wo die Umfrageleute sagen, keine Ahnung, so plus minus zwei Prozent ist quasi der mögliche Fehler der Umfrage. Das heißt, selbst wenn die Umfragen mehr oder weniger stimmen, innerhalb dieses Fehlerbereichs, wissen wir letztlich nicht, wer vorn liegt bei einem Unentschieden oder bei einem plus eins Harris. Weil der Fehlerbereich ist ja eher so plus zwei, plus drei oder plus minus zwei, plus minus drei. Und dann ist es letztlich eigentlich nicht wirklich möglich zu sagen, wer vorn liegt. Kurz vor der Wahl bemühen sich Demokraten und Republikaner natürlich noch um jede offene Stimme. Und meine Kollegin Alexandra Berlin hat den Wahlkampf um die allerletzten Unentschiedenen in Milwaukee im Swing State Wisconsin beobachtet. In vielen Swing States liegen die Nerven blank. Die Menschen haben wirklich das Gefühl, dass es eine Schicksalswahl ist, an der sich Amerikas Zukunft entscheidet. Und ein bisschen stimmt das ja auch. Mehrere zehntausend Freiwillige versuchen in den Swing States gerade, die Wähler davon zu überzeugen, für ihren Kandidaten oder für ihre Kandidatin zu stimmen. Und das tun sie zum Beispiel, indem sie an Türen klopfen, indem sie die Leute anrufen oder indem sie Schilder oder Flaggen verteilen. Und es gibt aber natürlich auch die Wähler, die sich bis zum letzten Moment nicht entschieden haben, für wen sie eigentlich stimmen wollen und die das noch tun müssen. Und auf die setzen beide Parteien jetzt. Alex hat gerade schon gesagt, also ganz präsent ist dort dieser Door-to-Door-Wahlkampf. Also dass Leute wirklich an Haustüren klopfen und sagen, hey, wollen sie noch für die Demokraten oder die Republikaner stimmen? Was tun denn Harris und Trump selbst dafür, noch diese Swing States für sich zu gewinnen? Also beide stecken ihr ganzes Geld in diese Swing States. Und daran sieht man ja auch, dass sie selber denken, dass die Wahl da entschieden wird. Und gerade Pennsylvania, der Bundesstaat, über den wir auch noch sprechen werden, ist da der Wichtigste. Da fließt von allen das meiste Geld hin, zum Teil sogar mehr Geld als in die anderen Swing States zusammen. Über Pennsylvania hast du übrigens mit unserem Kollegen Juan Moreno schon mal eine eigene Sendung für euer US-Spezial gemacht. Also auch da eine kleine Empfehlung. Schaut da gerne nochmal rein, falls euch das interessiert. In 8 Milliarden. Genau. Und beide versuchen in diesen Swing States, die Wähler zum Wählen zu bringen, die ihre Basis sind. Also von denen sie denken, das ist quasi meine Basis, die wählen ohnehin für mich, aber ich muss sie noch zum Wählen bringen. Dann versuchen sie aber auch zum Teil, Wähler des Gegners zu überzeugen. Also Leute, von denen man eher denkt, die würden jetzt eher für den Gegner stimmen. Dann versucht man, die gezielt anzusprechen mit gewissen Themen. Und sie versuchen vor allem aber auch, die sogenannten Low Propensity Voters, das sind quasi Leute, die man eigentlich, wo man eigentlich denkt, die gehen wahrscheinlich eher nicht zur Wahl, versucht zum Wählen zu bewegen. Ah ja. Und das ist so ein Mix aus allem. Dann klaut man sich aus all diesen Gruppen so ein paar Prozentpunkte zusammen und dann reicht es vielleicht, um diese Wahl oder diesen Staat zu gewinnen. Exakt. Es geht wirklich um so wenige Stimmen, dass es am Ende wirklich auch darum geht, zum Beispiel dem Gegner so ein bisschen von seinem Elektorat abzuschöpfen, wo man denkt, da gewinne ich zwar dann nicht, aber ich verliere mit weniger Stimmen, als ich sonst verlieren würde, weil es einfach so eng ist. Und man kann sagen, die beiden Kampagnen machen das ein bisschen unterschiedlich. Harris hat einfach sehr viel mehr Geld. Sie hat eine Milliarde an Spenden eingenommen. Trump hat deutlich weniger und sie hat eine sehr, sehr eingeölte Wahlkampfmaschine. Und gerade für diesen Door-to-Door-Wahlkampf, da hat sie eine wahnsinnig gute Organisation und da sind viele, viele Leute unterwegs in diesen Swing States, um an Türen zu klopfen, zu gucken, kann man da jemanden bewegen, zum Wählen zu gehen oder noch umstimmen. Auf der anderen Seite Trump, der setzt viel stärker auf diese großen Rallys, wo er im Zentrum steht, wo er hingeht, wo er die Wähler versucht zu begeistern. Auf mich wirkt dieser Wahlkampf sehr häufig wie so ein Hollywood-Blockbuster, als wenn das alles geskriptet wäre und es wirklich so eng wird, dass man eigentlich bis zum Wahltag gar nicht weiß, wie es ausgeht. Und das liegt auch am amerikanischen Wahlsystem. Und meine Kollegin Natascha Gmür erzählt uns mal, welche Besonderheiten dieses Wahlsystem hat und welche Rolle die Swing States darin spielen. Wenn am 5. November mehr Leute für Kamala Harris als für Donald Trump stimmen, dann kann Trump trotzdem US-Präsident werden. Das sind keine Fake News, right? Fake. So funktioniert das amerikanische Wahlsystem. Und das ist auch schon mehrfach so passiert. 2016 hatte Hillary Clinton insgesamt mehr Stimmen als Trump und hat trotzdem verloren. Genau wie Al Gore 2000 gegen George W. Bush. Warum? Wegen des Electoral College. In den USA ist nämlich nicht das Popular Vote entscheidend, also die meisten Stimmen aus der Bevölkerung, sondern die Mehrheit der Wahlleute. Die Wählerinnen und Wähler kreuzen zwar auf dem Wahlzettel Trump Vance, Harris Wads oder DrittkandidatInnen an, aber eigentlich wählen sie damit nur Wahlleute ihres Bundesstaates mit dem Auftrag, die jeweiligen KandidatInnen zu unterstützen. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute aus 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Anzahl von Wahlleuten, je nach der Größe der Bevölkerung. Bei 48 von 50 Bundesstaaten gilt das Prinzip Winner takes all. Das bedeutet, wer in einem Bundesstaat die meisten Stimmen bekommt, erhält die Unterstützung von allen Wahlleuten. Ein Beispiel. Wenn in Georgia mit insgesamt 16 Wahlleuten auch nur 0,1% mehr Leute für Trump voten als für Harris, gehen alle 16 Wahlleute an Trump und Harris geht komplett leer aus. Es gibt noch zwei Sonderfälle. In Maine und Nebraska gehen manche Wahlleute an den Gewinner einzelner Wahlkreise. In den meisten Bundesstaaten gewinnt traditionell seit Jahrzehnten dieselbe Partei. Aber die Staaten, wo die Ergebnisse hin und her gehen können, nennt man Swing States. Deshalb wird die US-Wahl praktisch nur hier entschieden, wo der Ausgang der Wahl noch nicht abzusehen ist. Um Präsidentin oder Präsident zu werden, brauchen Harris oder Trump mehr als die Hälfte, also mindestens 270 Wahlleute. Matthieu, wir haben jetzt das Wahlsystem der USA noch mal ein bisschen besser kennengelernt und verstehen auch, warum die Swing States da so wichtig sind. Ich habe mich gefragt, wenn es am Ende sowieso nur auf die Swing States ankommt, warum fokussiert man sich dann von Anfang an nicht nur auf die? Eigentlich tut man das. Eigentlich geht es wirklich von Anfang an nur um die Swing States. Und es ist natürlich nicht immer gleich von Anfang an ganz klar, welche Swing States wirklich entscheidend sind. Aber man kann sagen, in diesem Jahr ging es eigentlich von Anfang an um diese sieben Swing States. Und warum sind es genau diese in diesem Jahr? Also was haben die auch für Gemeinsamkeiten? Es sind eigentlich so zwei verschiedene Arten von Swing States. Das eine sind die drei Bundesstaaten im Rust Belt. Das sind Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Das sind drei Bundesstaaten im Norden an den großen Seen. Und die sind ein bisschen anders als die vier Bundesstaaten im Süden, nämlich North Carolina, Georgia, Nevada und Arizona. Wobei man sagen muss, bei Arizona kann man schon diskutieren, ob es überhaupt ein echter Swing State ist, weil da ist es nicht ganz so knapp. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf diese drei Staaten, die ja auch Rust Belt genannt werden. Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Was macht die denn aus? Was haben die gemeinsam? Es sind drei Bundesstaaten, die eigentlich relativ ähnlich sind. Das sind einfach so von der ganzen Demografie und Geschichte her. Das sind drei Bundesstaaten mit einer reichen industriellen Geschichte, die aber nicht mehr so glorreich ist. Da ist viel sozusagen verlassene, ehemalige Industrie. Und gleichzeitig sind es drei Bundesstaaten, die ein bisschen weißer sind in der Bevölkerung, ein bisschen ärmer im Durchschnitt verglichen mit den USA und auch ein bisschen älter. Und dadurch sind diese drei Bundesstaaten, die eigentlich immer klassisch demokratische Bundesstaaten waren in der Vergangenheit, gerade auch wegen der Arbeiterschaft, die sind immer mehr so ein bisschen nach rechts gewandert oder sind jetzt in Swing States geworden. Und 2016 hat ja Trump die Präsidentschaft eigentlich gewonnen, weil er diese drei Bundesstaaten, die als Blue Wall mal galten, also als blaue Mauer, quasi als Schutzwall der Demokraten, weil er es geschafft hat, die zu knacken. Und 2020 hat dann Biden die wieder gewonnen. Das gelang ihm auch deswegen ganz gut, weil er eben so sich ganz gut verkaufen konnte, als jemand, der selber in Pennsylvania geboren ist, aus Scranton, Pennsylvania, so diese Arbeitervergangenheit beschwören konnte. Und die Frage ist jetzt, gelingt es Harris, dasselbe zu wiederholen? Und wie kommt sie da an? Also sie hat ja ein bisschen ein anderes Gefühl wahrscheinlich bei den Leuten ausgelöst. Sie kommt aus Kalifornien, sie ist Staatsanwältin, irgendwie vielleicht könnte man sagen, ein bisschen was anderes als die Leute, die dort in den Blue Collar Arbeiterklassen irgendwie wählen dann am Ende. Absolut. Ich meine, man muss natürlich einfach sagen, diese Demografie, also der weiße Mann ohne Collegeabschluss, das ist einfach die Kerndemografie von Donald Trump geworden. Trump hat da einfach so einen großen Vorteil bei diesen Wählern, dass es auch gar nicht so leicht ist, die noch anzusprechen. Aber diese Bundesstaaten sind natürlich komplex. Die bestehen ja nicht nur aus quasi diesen, manchmal karikieren wir das so ein bisschen und denken, da leben quasi nur eben weiße Männer ohne Collegeabschluss. Aber ist natürlich nicht so. Gerade zum Beispiel Pennsylvania hat eben sehr verschiedene Teile. Da gibt es auch Philadelphia, die Stadt, die dann ja eher so vielleicht vergleichbar ist mit Washington oder New York, sehr urban ist. Und um Philadelphia herum gibt es eben diese ganzen Wahlbezirke, die Vororte. Und die Vorortwähler, die sind eben auch interessant, weil die waren früher eigentlich immer republikanisch, weil die relativ wohlhabend sind und wohlhabende Leute früher eher republikanisch gewählt haben. Heute tendieren die eben oder seit einigen Jahren immer mehr in Richtung der Demokraten. Und das gilt gerade auch für Frauen in diesen Vorstädten. Auf der anderen Seite eben im ländlichen Teil, und Pennsylvania ist natürlich vor allem ländlich, rein flächenmäßig, da, das ist natürlich sehr konservativ. Und dann gibt es diese ganzen Gegenden, die eben früher mal so Industriestandorte waren, wo es eben auch diesen großen, so einen Trend gibt in Richtung Trump. Und deswegen ist es am Ende halt in so einem Bundesstaat auch nicht irgendwie 90-10, sondern 50-50. Wie sieht es denn gerade in diesen südlicheren Staaten aus? Also die werden ja auch Sunbelt genannt, im Gegensatz zum Rustbelt. Also wenn wir auf Nevada, Arizona, können wir vielleicht ein bisschen rausnehmen, hast du eben schon gesagt. Aber wenn wir uns Nevada, Georgia, North Carolina angucken, wie stehen da die Chancen für die beiden? Die haben eben alle gemeinsam, dass sie einen relativ hohen Anteil haben an Latino-Wählern und einen relativ hohen Anteil haben an, zum Teil auch einen hohen Anteil haben an schwarzen Wählern. Also vor allem Georgia und North Carolina, Arizona und Nevada sind eher Bundesstaaten mit vielen Latino-Wählern. Und da ist eben so ein bisschen die Herausforderung für Harris, ist, dass in den vergangenen Jahren die Latinos sehr stark überwältigend für Demokraten gestimmt haben und es da so einen leichten Trend gab zuletzt, auch schon bei der letzten Wahl, in die andere Richtung. Also dass sie eben auch republikanisch oder Trump, vor allem Trump, nicht republikanisch, sondern Trump gewählt haben. Und da werden wir es sehen. In 14 Tagen ist ja schon die Wahl. Was ich mich aber gefragt habe, wenn man sich diese Wahl jetzt anguckt und wenn man sich die USA anguckt, wo seit Jahren gesagt wird, diese Gesellschaft ist so polarisiert und so gespalten und gerade mit so einer Figur wie Trump da in der Mitte, die quasi droht, die Demokratie abzuschaffen, auch teilweise immer mehr das Unverhohlen einfach so äußert im Wahlkampf. Wie kann es denn überhaupt noch Menschen geben, die sich da unsicher sind, kann ich den wählen oder nicht? Es gibt einfach viele Leute, die Trump mögen und die das Gefühl haben, dass er für sie steht, dass er irgendwie ihren Frust mit dem System ausdrückt, dass er gerade für die Unterprivilegierten ein Kämpfer gegen die Elite ist, was natürlich ironisch ist, weil er selber natürlich sehr elitär ist auf eine Art. Aber ja, es gibt da einfach sehr große, es gibt eine Begeisterung für diese Art von Politiker und Politik und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die ihn abgrundtief hassen und ihn fürchten und das Gefahr für die Demokratie sehen. Und das ist wahnsinnig polarisiert, das stimmt. Und man denkt, es gibt eigentlich, kann eigentlich in diesem System fast gar keine unentschiedenen Wähler mehr geben. Und so richtig viele gibt es natürlich am Ende auch nicht, aber am Ende sind es dann doch diejenigen, die die Wahl entscheiden. Und um die geht es in diesem Wahlkampf. Da würde mich mal unsere Community interessieren. Könnt ihr nachvollziehen, dass es so kurz vor dieser US-Wahl immer noch Menschen gibt, die sich nicht sicher sind, ob sie Harris oder Trump wählen sollen? Schreibt uns das mal in die Kommentare bei YouTube oder Spotify. Matthieu, es bleibt spannend. Wir bleiben natürlich dabei. Ich würde gern zum Abschluss mit dir unseren Shortcut-Schnellcheck spielen und dir noch drei schnelle Fragen stellen. Hoffe auf drei schnelle Antworten und dann können wir ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Wie eng ist das Rennen um die US-Wahl wirklich noch? Es war die ganze Zeit schon super eng. Es ist jetzt noch enger. Und wir wissen nicht, wer gewinnt bis zum Schluss. Es ist 50-50. Warum sind am Ende vielleicht nur ein paar tausend Stimmen dafür ausschlaggebend, wer US-Präsident oder Präsidentin wird? Weil am Ende es auf diese wenigen Swing States ankommt, von denen wir sprechen. Und wer da jeweils gewinnt und so knapp es auch sein mag, der kann am Ende die Wahl gewinnen. Und wer hat aus deiner Sicht jetzt die besseren Chancen, diese Swing States zu gewinnen? Harris oder Trump? Es ist 50-50. Man kann es nicht wirklich sagen. Zuletzt hatte Trump ein bisschen bessere Dynamik als Harris. Aber es ist wirklich einfach zu knapp. Und beide können immer noch gewinnen. Mathieu, danke, dass du da warst und uns diese Lage eingeordnet hast. Danke dir. Danke euch auch fürs Dabeisein. Und wenn ihr noch mehr über die US-Wahl wissen wollt, dann folgt Shortcut auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und hört auch mal rein in unseren Auslandspodcast 8 Milliarden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.